Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist der Pulver Pyrotechnik Gravum Firecracker dran. Wir haben hier 5 Stück in der Packung. Online bekommt ihr diese Packung schon für 3,50 Euro. Ich habe leider tief in die Tasche gegriffen für 10 Euro das Paket. Ja, das ist dann Lehrgeld und da weiß man, wo man demnächst dann nicht mehr kaufen wird. Ja, war Silvester so ein Pop-Up-Shop in einer Post-Fiale, sagen wir mal so. Ja, wie dem auch sei, wir haben hier, wie gesagt, von Pulver Pyrotechnik ein paar Böller. Wir haben hier eine schöne Pappschachtel, auch schönes Design in der Kategorie F2. Als Knallkörper mit einer NEM von 30 Gramm auf 5 Stück. Wir schauen auch gleich mal rein. So, und dann haben wir hier, ja, umwickelte, ja, normale Böller würde ich sagen. Steinhardt mit einer NEM, wie gesagt, von 6 Gramm. Also 30 Gramm sind natürlich dann 6 Gramm. Die ähneln jetzt der The King oder King Cobra oder auch die Honey Badger von der Verarbeitung her. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus zur Zündung der Krawum Firecracker. Für 2 Euro das Stück. So, wie versprochen jetzt der Krawum Firecracker von Pulver Pyrotechnik. Ja, das ist sehr gut von der Leutstärke. Eieiei, also die drücken schon ordentlich. Ja, also wenn ihr sie bekommt für 3,50 Euro kann ich sie euch noch empfehlen. Also für 10 Euro würde ich sie jetzt nicht unbedingt kaufen, aber dafür sind sie doch sehr gut. Und ja, also die drücken schon ordentlich.